moin leute und herzlich willkommen zurück auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und heute spielen wir mit osterhasen einfach eine runde rocket leech genau und ich würde sagen wir fangen einfach mal ganz gedingend an und machen erstmal der stelle behaupten so suchen wir ein match 3 gegen 3 mal sehen ob wir jetzt schnell eins finden ich trinke noch ein bisschen kaffee ist morgens noch früh am morgen so zack haben wir ein spiel gefunden mal sehen ob wir gewinnen ich hoffe es ja die osterhasen ach die osterohren sagt man eigentlich auch nicht naja egal so mal sehen mal sehen mal sehen mal sehen mal sehen so noch schnell abgeblockt hier was für eine flanke jetzt kommt eine gute flanke gegen so ja das ist eine gute richtung mein freund oh scheiße noch gut weg gehauen hier meine kollegen hier oh ja 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 nein ich wollte ihn noch haben okay egal ist mir egal was war das schon wieder für ein move hier was war das schon ein Oh, keiner im Tor. Ich wollte den Ball noch gerade abfangen. Das hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, was? Das war ziemlich belastend. Oh, ich sah da. Wow. Oh, nee. Ich habe den nicht berührt. Richtige Belastung. Ah, zu früh gesprungen. Oh. Oh. Meine Wetterung. Oh, shit. Oh, mein Gott. Kann doch nicht wahr sein hier. Oh, sorry. Sorry. Oh, nice. Oh, was? Gar nicht mal schlechtes Tor. Oh. k das war nicht gut was steht mein fehler ein sauer wird sich die kunden noch keiner trifft von denen oh ne 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 der weiß ne keine chance heute ist irgendwie nicht so freckend aber wir hängen doch mal eine zweite runde ran ist ja kein ding so machen wir mal dran gleich mal sehen wie das aussieht suchen wir ein neues Spiel mal sehen wir mal Na, was haben wir denn da, Experte und so? Na schon. Na? Na, shit. Oh, nee. Hätt klappen können, hätt's nicht klappen können. Schnitt. Shit. Oh, total ten Loss. Oh, jetzt aber. Ah, control, man. Ja. Yo, 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 der kommt nicht gut. Ah, shit. Hätt der getroffen, Alter. What the fuck? Oh, sorry. Sweet. Oh, sorry. Oh, man. Oh, no. Ah. Oh. Das war mal eins. aber gar nicht mal so schlecht gemacht vom Gegner ah keiner im Tor, nice Ja, fuck. What the fuck? Was hab ich gemacht? Ja, verpiss dich doch. Du hast doch gesehen, dass ich komme, Alter. Was für eine Pissnake, ey. Ich hab keinen Boost. Ich hab einfach keinen Boost. Was wollen wir da machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für eine Mikrofonqualität der Typ hat, Alter. Oh mein Gott. Wow, haut ihn raus und schulde dich. Man muss natürlich auch verlieren können, also somit. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.